Sogar Superhelden tragen das tränendigste Accessoire der Welt. Sicherheit geht vor. Alle aufgepasst! Flash ist bereit, alle Hygienevorschriften einzuhalten. Er schützt jeden, damit sie die Welt schützen können. Hey, was liest ihr denn da? Comics sind sowas von gestern. Heutzutage schauen sich alle nur diesen Kanal an. Tum Tum Wow, das ist so cool. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Und abonniert Tum Tum Wow. Die Superhelden machen das auch. Oh, Batman und Spider-Man wollen eine Pause einlegen. Komm schon, hilf mir. Du gehst vor. Puh, wir sind draußen. Yay, Freiheit! Oh nein, die Bullen. Ich werde so tun, als wäre ich ein Müllsack. Und du hinnst schnell weg. Das ist ein intensiver Kampf. Batman schlägt zu. Spider-Man kann ausweichen. Superman fliegt rein. Was soll das werden? Eine Mission? Zur Rettung der Stadt? Nein, es ist nur Twister. Catwoman gibt den Ton an. Rechter Fuß. Linke Hand. Oh, Jungs. Ihr habt wieder verloren. Im Moment kann Dr. Strange nicht nach Nepal gehen. Also muss er Yoga in seiner eigenen Wohnung machen. Er möchte die Kraft seines Geistes nutzen, um sich ins nächste Geschäft zu beamen, damit er seine Wohnung nicht verlassen muss. Es hat geklappt. Leider hat er seinen schwebenden Umhang zu Hause vergessen. Flip the Switch. Das ist die Superhelden-Version. Batman sah noch nie so anmutig aus. Irgendwann müssen wir alle kämpfen. Ich kriege diese Schale nicht auf. Aber nur Thor kann zeigen, wer der Boss ist. Ups, der Tisch hat es nicht überlebt. Diese Diebe haben die falsche Bank ausgewählt. Das ist ein Job für Captain America. Endlich. Ein echter Kampf. Er kann seine Muskeln aufwärmen. Captain America hat den süßen Geschmack des Sieges verpasst. Puh, tolles Spiel. Ich brauche eine Pause. Es kann weitergehen. Komm schon. War das etwa schon alles? Jetzt mache ich erst richtig ernst. Nimm das, du Verbrecher. Captain America entspannt sich zu Hause und kümmert sich nicht mehr um seine Ernährung. Mh, was für eine leckere Torte. Aber Spider-Man wird seinen Freund vor dieser Kalorienbombe retten. Ich nehme diese Torte, Kumpel. Leider hat Spider-Man die Flugbahn falsch berechnet. Thor kommt zur falschen Zeit. Wo ist meine Torte? Jetzt überwacht Spider-Man das Wohnzimmer der Avengers. Feg alles auf. Sehr gut. Catwoman steckt wieder fest. Sie wollte nur was in der Küche essen. Oh nein. Klebeband. Catwoman ist gefangen. Wer war das? Leute, das ist nicht lustig. Entfernt das Klebeband. Warte. Ich werde es absaugen. Nein. Nein, nicht. Ha. Alle Katzen sind gleich. Oh. Captain America will Popcorn machen. Aber die Mikrowelle ist kaputt. Gut, dass er mit echten Superhelden befreundet ist. Superman. Kannst du mein Popcorn erhitzen? Kein Problem, Cap. Supermans Laser-Augen bereiten das Popcorn in nur einer Minute zu. Hey, danke. Was würde ich nur ohne dich machen? Und sein Schild dient als Schüssel für das Popcorn. Komm, wir gucken uns einen Film über uns an. Thor bereitet das Abendessen zu. Fleisch zu klopfen ist einfacher als je zuvor, wenn man einen magischen Hammer hat. Ich bin der mächtigste Koch aller Zeiten. Batman trainiert zu Hause. Aber leider hat er seinen Umhang nicht berücksichtigt. Spider-Man muss nicht einmal von der Couch aufstehen. Er kann einfach alles greifen, was er braucht. Er ist der Beste, wenn es um kontaktlose Lieferungen geht. Tante May hat kein Garn mehr. Spider-Man kann ein paar Spinnennetze mit ihr teilen. Das wird ein toller Pullover, Peter. Superhelden trainieren zu Hause sehr intensiv. Captain America trainiert seine Arme und benutzt dafür die Couch. Superman macht Aerobic. Spider-Man hat ein neues Gewicht gefunden, das er verwenden kann. Ein Home-Fitness-Studio. Und nur Batman und Catwoman überspringen ihr Training. Sie sind heute zu faul. Misst ihr ein Bild aufhängen? Wenn euer Nachbar Tor ist, habt ihr Glück. Ruft ihn einfach an und er wird sofort rüberkommen. Hier ist er. Ein wahrer Nachbarschafts-Zelt. Kannst du den Nagel genau hier einschlagen? Klar doch. Pass auf. Der Hammer ist unterwegs. Vorsicht, mach die Wand nicht kaputt. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch das Bild aufhängen. Fertig. Bitte schön. Hulk hat einen Job als Kindermädchen ergattert. Es ist harte Arbeit. Dieses Baby weint schon seit einer Stunde. Oh, er hat eine Idee. Wen haben wir denn hier? Shrek. Jedes Kind liebt ihn. Und niemand muss mehr weinen. Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Dr. Strange weiß, was er zu Hause machen kann. Wenn sein Tempel geschlossen ist, kann er seine mystischen Rituale auf YouTube zeigen. Jeder liebt seine Tricks. Alle Avengers haben seinen Kanal bereits abonniert. Er hat die ganze Woche an diesem Trick gearbeitet. Wow, seine Abonnenten lieben es. Captain Marvel hat keine Höhenangst. Und der Wind ruiniert niemals ihre Haare. Aber manchmal braucht sogar sie eine Pause. Ich werde heute ein Taxi nehmen. Ein Nagelstudio für Superhelden. Du brauchst eine klassische Maniküre? Ja, und meine Nagelhaut muss entfernt werden. Na klar. Darf ich deine Nägel mal sehen? Ah, oh Gott. Oh Mann, das passiert jedes Mal. Mein Akku ist leer. Ich brauche ein tragbares Ladegerät. Aufladen. Wow, 100 Prozent. Wahnsinn. Wie fandet ihr unsere Superhelden? Würdet ihr mit den Superhelden Twister spielen? Mit Spider-Man ein Pullover stricken? Oder mit Doctor Strange Yoga machen? Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. erkt? wt右 circumstiärępни kilometres Because, 아니면 mit convictions Kat. Auntie Cadet, bis zum nächsten Mal.